Hört euch den Hadith des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam an. Zuhairi ibn Harith radiallahu anha berichtete über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er morgens ihr Haus verließ, während sie beim Morgengebet an ihrem Gebetsplatz war. Er kam dann am Vormittag zurück und fand sie noch immer dort sitzend. So sagte er, bist du immer noch in derselben Position, wie als ich dich verließ? Sie sagte ja. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich rezitierte vier Worte dreimal, nachdem ich von dir wegging. Wenn diese aufgewogen würden gegen das, was du seit dem Morgen rezitiert hast, dann würden sie dieses überwiegen. Subhanallah wa bihamdi, adada khalki, warida nafsi, wasinata orshi, wamida da kalimati. Allah ist frei von jeglichem Mangel und Fehler. Und alles Lob gebührt ihm, so viel wie die Anzahl seiner Schöpfer, so wie er selbst damit zufrieden ist, so sehr wie das Gewicht seines Throns und so viel wie die Tinte seiner Worte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verließ seine Frau, während sie am Gebetsplatz war. Und kurz vor Sonnenaufgang, als er sallallahu alaihi wa sallam zurückkam, fand er sie immer noch da. Er fragt sie, was hast du die ganze Zeit gemacht? Sie beantwortete die Frage mit, ich lobpreiste Allah. Eigentlich eine wunderbare Sache. Jeder von uns wünscht sich das, in solch einem wunderschönen Ausmaß, Allah subhanahu wa ta'ala tagtäglich und regelmäßig zu gedenken. Lange nach dem Gebet noch an seinem Platz sein und Allah subhanahu wa ta'ala mit den schönsten Worten zu bitten. Doch hört, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Der Edr, der Liebling Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt zu ihr, ich habe, nachdem ich dich heute Morgen verlassen habe, ihr dreimal vier Dinge gesagt, die auf der Waagschale mehr wiegen als das, was du den ganzen Vormittag an Zikr gemacht hast. Subhanallah, nur vier Dinge, die mehrere Stunden Lobpreisung überwiegen. Du siehst einen Bruder oder eine Schwester. Du siehst, wie sie Zikr machen. Du verlässt die Person. Du kommst zurück und du siehst, dass sie immer noch dabei sind, Zikr zu machen. Im ersten Augenblick, was für ein Iman, was für eine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Doch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dreimal von diesen vier Dingen würden alles Zikr überwiegen. Stellt euch vor, vier Dinge, die deine Zunge verlassen und welch ein Gewicht sie haben. Daher sollten wir stets vorsichtig sein, was wir sagen. Das ausgesprochene Wort kehrt nicht mehr zurück. Sie wird auf die Waagschale gelegt. Es hat eine sehr starke Auswirkung. Nicht nur im Diesseits, auch im Jenseits. Schlechte Worte beeinflussen einen und verletzen andere. Und oft verletzt man Menschen eher mit Worten als mit einem Dolch. Die Wunde verheilt. Doch die Wunde im Herzen, sie bleibt ewig. Diese Worte werden gegen dich sein. Gute hingegen werden Herzen erfreuen. Dich bei Allah subhanahu wa ta'ala beliebt machen. Deinen guten Charakter widerspiegeln. Die Menschen mögen deine Anwesenheit. Sie genießen es, was von dir kommt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erhöht dadurch deinen Status. Welche vier Dinge sind das nun, die man nach dem Fajr-Gebet sagen sollte, die auf der Waagschale mehr wiegen, als stundenlanges Dikr? Subhanuallahu wa bihamdih. Gepriesen sei Allah und gelobt. A'da da khulkih. So wie die Anzahl der Geschöpfe. Allahu Akbar. Wir kennen nicht mal alle Geschöpfe. Geschweige denn, die Anzahl an das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und in dieser Anzahl lobpreist du Allah subhanahu wa ta'ala. Waridha nefseh. Das Maß seines Wohlgefallens. Die Lobpreisung geht so weit bis zu seiner Zufriedenheit. So, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist und du sein Wohlgefallen erreicht hast. Waridha nefseh. Das Gewicht seines Throns. Stell dir vor, ein Ring, der an deinem Finger ist, stellt die Erde dar. Wirf sie in die Wüste. Die Wüste wäre sein Thron. Wie gigantisch sie sein muss. Und wie schwer der Thron Allahs sein muss. Subhanallah. So schwer liegt die Lobpreisung Allahs. Wa midada kalimati. So viel wie die Tinte seiner Worte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Al-Kahf. Sprich, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herren wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herren zu Ende gingen. Auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrechen. Allahu Akbar. Was für ein herrlicher Vergleich. Was für eine Belohnung diese Dua innehat. Welch eine Lobpreisung diese vier einfachen Dinge mit sich bringen. Wie schwer sie auf deiner Waagschale liegen werden. Meine geehrten Geschwister, lernt diese Dua. Die Belohnung ist wahrlich unermesslich.